Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge haben wir einen Raubüberfall durchgezogen. Und heute müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Eigentlich hatte ich ja gesagt Franklin, aber ich glaube, weil wir jetzt die einzige... Weil wir die Mission mit Michael direkt vor der Schnauze haben, machen wir, glaube ich, die. Aber als erstes machen wir was anderes. What the fuck? Äh, was war das gerade für eine Nachricht? Wir haben gerade eine Nachricht... Wir haben auch kurz am Ende der letzten Folge eine Nachricht von unserer Tochter bekommen. Nein. Von Tracy. Ne, anrufen will ich ja nicht. Ich will hier. Wir müssen uns unterhalten. Ja. Äh, Telefonsitzung. Machen wir demnächst. Du fehlst mir, auch wenn du ein Arsch bist. Hey, Dad, wie geht's? Hi, Dad, wie geht's? Es ist echt komisch, dir so zu schreiben. Das ist voll 90er. E-Mail, wow. Ich wollte nicht anrufen. Dann wäre ich nur traurig und würde etwas tun, das ich später bereue. Aber vielleicht soll ich dir das nicht schreiben. Du fehlst mir. Und salen, irgendwie. Fabian ist voll nervig. Wenn ich Yoga machen will, dann gehe ich nach Indien oder so. Und er will immer, dass ich ihn Dad nenne. Ne. Von und Witz. Siehste, ich bin lustig. Mein Gesang und meine Tanzsachen laufen gut, aber ich bin immer noch sauer, dass du mir bei Fame oder Shame versaut hast. Du bist so ein Arsch. Jimmy ist ein Idiot. Ich frage mich, wie er und ich von den selben Eltern abstehen können. Mom hat Mom gekotzt, als sie mit mir schwanger war. Scherz, oder? Naja, uns geht's gut. Lasst euch nicht scheiden. Das wäre uncool. Es ist viel besser, wenn ihr euch streitet und anschreit. Das ist voll super und so. Fehlst mir. Deine Tracy. PS. Gefällt dir meine neue Schreibweise für meinen Namen? Voll süß, oder? Tracy fehlt mir auch. Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Wirklich. Tut mir leid. Ich ändere mich. Ich sage deiner Mom, dass sie mir noch eine letzte Chance geben muss. Ich liebe dich, Dad. Michael. Perfekt. Ich freue mich das so. Und dann... ...rufen wir unseren lieben Psychiater an. Hallo. Dr. Isaiah Friedlander spricht. Hey, Doc. Es ist mir. Michael. Wie geht's? Nicht gut, Doc. Nicht gut. Wir haben viel Zeit über die Jahre über die Jahre diskutiert, wie negative Aktionen zu negativen Gedanken führen, so viel wie das Reverse. Weil Sie die Kühle von der Kühle des Kühle der Kühle der Kühle der Kühle, Die Beobachtung, die Beobachtung für die einfachste Antwort in der Leben und dein profond Narcissismus, die Realität hat einen Habit von Ihnen zu verabschieden Beobachtung. Wie geht's denn? Well, Doc, wenn du es so sagen willst, ich bin Angst, dass ich nicht viel Hoffnung habe. Hast du wiederholtst, Michael? Things sind schlecht, Doc. Really schlecht. Tell mir alles über das. Sharing ist gewinnen. Ich bin in der Dessert, jetzt, Doc. Meine Frau hat mich verlassen, meine Kinder. Oh, Christ, wir verabschieden einen Mann, aber das war nicht genug. Wir verabschieden seine Frau. Jetzt müssen wir nach Hause gehen. Ich bin in einem Trailer mit meinem Psycho-old-Buddy, Trevor. Er ist immer zu töten, Doc. Ich weiß nicht, ich auch, aber... Oh, Christ, Dinge sind wirklich wiederholt worden. Du musst mehr Zeit für die Therapie, Michael. Das ist ein großer Relapse. Any anderen Verbrechen, Michael? Ja, ich habe gute Zeit, Doc, aber... Mostly, sie haben nur wirklich schlechtes Tage. Ich habe wirklich schlechtes Tage gemacht. Ich habe wirklich schlechtes Tage gemacht. Du bist ein sehr kranker Mann, Michael. Ich mache alles, was ich kann, aber... Wir brauchen mehr Sessions. Das ist ein Teil von mir, Doc, ich einfach nicht zu kontrollieren. Hm. Was über deine Sexual-Probleme, Michael? Ich habe gut gemacht. Ich habe Gedanken, aber ich habe gut gemacht. Nicht nur ein Problem. Wir alle haben Gedanken, Michael. Nichts, dass sie auf die Real-Progress ist. Ever seitdem ich das fucking Haus aus dem fucking Haus, mein fucking Leben ist fucking fucked. You know, Therapie can really help you, Michael. Which is why you should be really pleased with what you're doing. But I'm gonna have to stop you there. Oh, and there is one thing. Phone-Sessions are a little more expensive. Obviously. Obviously. But so fulfilling. Let's speak again soon. Okay. Interesting. Gehen wir mal rein zu Trevor jetzt. Where's that smell? Trevor about? He's probably out somewhere. Drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay. He is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes. He's very sensitive. Then he gets his feelings hurt. He's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scoffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're going to learn all about my past glories first hand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong. All wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy. All right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. What the hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby. Yeah. This better be fucking good. Okay, perfect. Das heißt, wir überfallen jetzt einen Zug oder... Ah, jetzt macht auch der Name der Mission Sinn. Entgleist. Okay, interessant. Mike, oh yeah, another thing for your shopping list. We'll need some bombs. Okay, I'll pick them up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Wow, getting changed. Okay, das war zu weit. Fucking hell. Wow, getting changed. What have you turned into? Äh, über einen anderen Übergang. Perfekt. Fucking hell, da vorne, da vorne, da vorne. Jetzt muss ich schaffen. Perfekt. Ich muss runter eigentlich. Was mache ich hier? Auf dem Zug Autofahren. Oh, man. Also, ich bin jetzt nicht darüber gefahren. Äh. What the hell? Er sagt nicht, dass jetzt mein Controller auch Stickdrift hat. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Ich kann den nicht richtig steuern, den Kack hier auf dem Zug. Ich kann den Kack nicht richtig auf dem Zug steuern. Das ist übel. Ja, ich kann den Kack hier nicht richtig steuern hier drauf. Ja, ich steuere ganz leicht nach drüben und Trevor fährt einfach rüber. What the fuck? What the fuck? Ja, Motorradfahren ist nicht meine Stärke, wie es ausschaut. Räum nicht auf Zügen. Nein, meine Fresse. So. Komm. Perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir es. Easy. Äh. Um zu schauen. Okay, Perfekt. Egal. Okay, die tauschen also tatsächlich hier. Okay, perfekt. Perfekt. Begib dich zur Eisenbahnbrücke, ja? Perfekt. Ist aber nicht die hier, oder? Hier ist die Autobrücke. Ah, da oben. Ich sehe sie, ich sehe sie. Die zweite Brücke. Ich sehe sie, ich sehe sie. Okay. Doppelt. Holy shit. Perfekt. Gott, wieso halten die so viel aus? Wieso ist der so schnell explodiert? Scharfschützengewehr. Ja. Ja, ich war nicht auf meine Schulter von Meriwether, Leute. Es wird leichter sein. Wir haben geschossen, dass der jetzt direkt kaputt gegangen ist. Ja, dann. Okay, weiter kämpfen. Komm, ich treffe keinen, du bist bescheuert. So? Da, da. Perfekt ist noch der hier. Perfekt. Daum mit dem. Perfekt. Keine Ahnung. 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 Show me the loot! Perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't beat Thedman in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Not your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? You and your depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs. The big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. We could do this thing, T. This ain't no dream no more. Aye. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! Alright. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, alright? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, alright? Of course. And if that bastard... Fuckin' cheats on her one more time? Hmm. I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor. We both know you're not the marrying guy. But hey. It's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! The big one! Gun! We'll go to Franklin! Hello! Tally's on the line too. Hey Trev. Alright, I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah, 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 nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, uh, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger is already on the way. The window is open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Okay, dann müssen wir wohl doch was anders machen. Ich wollte nämlich gerade zu Franklin gehen, aber anscheinend... Fahren wir jetzt acht Kilometer zu dem scheiß... äh, Chemie-Waffen-Labor. Ja, na gut. Äh, es dauert jetzt ein bisschen, bis ich wieder hier hochkomme. Gut, fahren wir jetzt gerade aus. Zurück. Rüber. Perfekt. So, jetzt. Von hier rüber. Geh lang. Und diesen Weg hier fahren. Okay. Einfach ein bisschen Gas geben und fahren. So, hier. Ach, hier ist ein Random sogar. Egal. Bro, what the fuck? What the fuck? Get hier ab. Aber wir bleiben bei dem Wagen. Der ist lustig. Und neigt sehr schnell umzufallen. Ja, schon. Probieren wir es mal so. So. Nee, wir fahren jetzt nicht. In third person. First person machen wir was anders. Wir sind noch nicht mal einen Kilometer gefahren, Alter. Weil ich hier auch irgendwie keine Geschwindigkeit aufbauen kann. Also kann schon, aber dann fliege ich halt rum. Ah ja, wir sind gerade also hier unterwegs. Okay, wir fahren hier vorbei. Okay. Wir fahren hier vorbei. Dann machen wir mal den mit Franklin hier und warten da auf, dass Trevor kommt. Oh yeah. I am highly skilled at the art of noodling in a beaver dam. I do not like the animals that consider themselves engineers. I like plant-eating herbivores. You can fatten up. You can love a name too. Then callously kill and cook like a surprised man. Back to beavers. I once stuck my arm in a dam and four or five of them, an entire family, in fact, of beavers, bit into my arm. Got every last one of them on the grill that night and a couple of new hats. For the record, I also do not like fire ants as it is unreasonable to have a social structure of a bunch of neutered men acting as slaves for a woman. Hello, who this? It's Amanda. Amanda DeSanta. We met at my house. Oh, yeah. Uh, shit, where you at? Look, I know that you and my husband and Trevor Phillips are... I don't know what the fuck you're up to, but I can make a pretty good guess. There's some weird things going on. Is he okay? I don't think okay is the right word. But he's alive. You should call him. He'll appreciate that. I don't want to speak to him. I just wanted to know he wasn't dead somewhere. Thanks. Don't tell him I called. All right. But look, he ain't doing you good without his family. Why is the mission underbrochen? Come to the right place, as I am. Hä? Bro, why is the mission underbrochen? Lester better play it right with that idol. Okay. Moment, kann ich jetzt zu Franklin wechseln? Und die Mission anfangen, bitte? Hey, what's up? Oh, hey, man. How you doing? Man, I was wondering, have you heard from your family? Yeah, sure. No, that's a lie. I haven't heard a fucking thing. Damn, that's fucked up, man. Yeah, well, it's not going to matter. We're all going to be dead about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right? I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand being a gentleman of leisure. You know, you know, Franklin, if there's one thing that you're going to learn from being around us, please fucking insanity, then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Oh, hold on, man. Could y'all knock this shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a freaking lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck you. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Ha ha, bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight, then. No, 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 no. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Major Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you and neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Okay. Go down the coast. The facilities a few clicks south of us. Jetzt brechen wir bei einer Regierungsfirma ein im Auftrag einer anderen Regierungsfirma. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities? A joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here it goes. Wir beten einmal. Wir beten jetzt. So, einfach hier lang. Geht durch Schwimmen nicht eigentlich auch die Ausdauer nach unten? Müsste doch eigentlich so sein, oder nicht? Die Ausdauer nach unten? There'll be a great over the outlet. Townley, you've got the cutter. When we get there, go to work Monday through. Roger that. Okay, using the oxyhydro cutter on the grill That's burning at over three and a half thousand degrees Yeah, thanks for the science lesson Can I keep this for the next vault I hit? You've got a limited supply of gas in the cutter, so get this right So Perfekt Perfekt So, here Da 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 Fertig Perfekt Zugang zu der Bohr verschaffen, okay Thank you Okay, guys Here you go The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in He makes a point That makes you dumbly dumb So, da runter Ah, ich glaube, wir gehen jetzt wieder da zurück Good Ich bin schon da Bin schon da, mein Freund Okay Ah How are we? Huh? We ready? I was born ready Let's do this Come on Dave, what's the plan? Hey, hey, hey We locate the toxin and action our escape strategy That's what we got Great, lead the way Bank robber Dein Job ist, dass es nicht leckert und nicht leckert ist, so lange wie du kannst. Ich habe eine Strecke, schnell! Nein, warte, hey! Schocken, Michael! Du... Identifizier dich! Michael, warum hat dieser Mann nicht eine Seizur? Komm schon! Okay! Jetzt geht's auf den Elevator! Ah, verstehe. So, was genau sieht ein Neuro-Toxin aus? Du bist auf eine Ne-to-No-Basis, Bankrobber. Shut it! Elevator kommt. Niemand ist auf dem Board! Out, Out! Grab die Karte! Next floor! Komm schon! Wie fühlst du über das? Ich fühle mich ziemlich gut. Ja, wenn nur deine Kamera-Kruhe hier wäre! Wir sind auf der Seite! Komm schon! Clear! Los geht's! Verstehst du die Labgeeks? Ich will keine Probleme von diesen beiden. Ich bin auf der Seite! Ich mache die Bühne! Ich mache die Bühne! Ich mache sie mit! Sie sind auf der Seite! Sie sind auf der Seite! Sie sind auf der Seite! Wir gehen! Wir gehen! Wenn wir sie durchlassen, dann sehen sie ja die ganzen anderen Arbeiter. Also habe ich sie jetzt einfach down gemacht. Aufmachen! Ich mache sie mit! Ich mache sie mit! Wir verraten deinen Freund. Jetzt öffne die Tür bevor wir es schrauben und du verraten! Die Spezialagenten haben die Tür. Gehe in da und schrauben unsere... Perfekt! Das wird mich... ... der gefährliche Mann im Land. Ich bin auch der größte Angst. Ich bin auch der größte Angst. Oh Mann! Danke, der Hessische Regierung! Perfekt! Die Toxin ist volatil! Wir müssen ihn in eine Refrigeration-Unit. Die Sicherheit hat sich verabschiedet. Warnung! Warnung! Es wird schwer sein! Use eine reale Schreie! Anzeige Sicherheit! Gut! Ich habe ihn in Kaffee! 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 Gut! Ich schieße gerade wieder größte Affe! Weiß ich! Perfekt! Ich muss sich heilen gerade ein bisschen. Wo lang müssen wir denn? Hier lang? Hier lang! Da lang! Hier! 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 Wir müssen hier lang durch! werde ich langsam okay perfekt ich habe eine Nerf-fuckin-Agent in meinem Pocket und eine Battalion des Soldiers in meinem Hand ich komme aus hier ich will nicht sein, wenn michael in die Testtube ich will nicht sein, wenn michael in die Testtube wer hat da gelebt? wer war da noch am Leben und what the fuck hat der gerade gemacht? ist doch keiner mehr im Leben na echt jetzt ich bin schon wieder fast tot meine Fresse warum zum geiler stirbt michael so oft? oder so schnell gerade? es hat bis jetzt noch nie so schnell es war bis jetzt noch nie so schnell jetzt nehmen wir die Schroll raus die Toxin ist volatil wir müssen sie in eine Refrigeration-Unit Security Alert Security Alert Security Alert Facility Brief Du hast die richtige Weapon? Die Scheiße wird real werden die Besten Details da so so ja 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 perfekt 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 ok perfekt so schieß auf schieß auf Kumpel schieß auf oh schieß auf die schieß auf dieser schieß auf wachst du du wachst du wachst wachst ein wachst du us Holy shit, perfekt, jetzt haben wir es geschafft. Aber Michael ist trotzdem fast tot. Einen Schuss und wir sind down. Perfekt, egal. Weil ich sehe das rote Licht. Perfekt. Oh, FIB, special agent, I got this cover. Perfekt. Perfekt, egal. Perfekt. 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 Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester. Perfekt. Perfekt. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score. We're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yeah, well, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what. You can take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. I had a wonderful time, Trevor. But we both know... I made a vow to my husband. Naja, then bring me now the Frau back. I know! You have a great pain inside me. But you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry what I love. It's bad, isn't it? I am not a bad man. I am going home. You just treat you! I know. I know. I know. Okay, perfect. Okay. Okay. Egal, wir haben's geschafft. Wir können jetzt weitermachen. No. Stay. Okay. You better treat her right, man! I will, amigo! Otherwise... The other ear! Of course! The way I say things, you and me and Michael, we're friends now! Good friends! Such good friends, that we will make a great effort to avoid one another! Fucking perfect! Thank Michael for the statue! It is exquisite! Yeah! Yeah! Yeah, I will! Okay. Ach, für die Angelegenheit! So, hier lang, hier rüber, hier rüber. Perfekt! Gut, dann gucken wir erstmal hier nach. Wir haben bald die ganze Map. Ein guter bis aufs Wasser, aber wir haben fast die ganze Map, denke ich. So, dann würde ich jetzt sagen... Wo müssen wir denn mit Trevor hin als nächstes? Warum will ich mit Trevor in die Stadt? Und was ist das? Ah! Ich verstehe, okay. Egal, dann würde ich sagen, ich benne die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge, schauen wir, wie wir weitermachen. Ciao! Euer Gladius! Euer Gladius!